Jeder ist ein wunderschöner Platz hier in unserer Samtgemeinde. Aller Brücke bei Ettenbüttel, Bokelberge da vorne, Ettenbüttel da hinten. Warum ich mich aber hier angehalten habe, ist der Sportplatz da hinten. Die Menschen, die in den Sportvereinen arbeiten, leisten unglaubliche Arbeit. Für das Allgemeinwesen, für die Kinder, für die Jugend. Super Sache. Und das soll auch in Zukunft so bleiben. Deswegen werden wir sie auch weiterhin unterstützen. Was natürlich auch immer heißt, dass es mit Geld zu tun hat. Aber es gibt vielleicht auch noch andere Unterstützung. Ich würde mich nämlich dafür einsetzen, dass in den Osterferien und in den Herbstferien die Hallen auch von den Vereinen benutzt werden dürfen. Das ist noch nicht so, aber das kann man ja ändern.